Hallo, in diesem Video geht es um Modelle und Praxisbezug in der BWL. Die BWL, so wie die meisten anderen Fächer hier im Studium, erhebt ja in der Regel den Anspruch, Praxisbezug zu haben. Und im Kern geht es ja dabei darum, wie stark man jetzt von der Realität abstrahieren darf, um durch vereinfachte Modellstrukturen nützliche Aussagen zu erhalten, seien sie jetzt positiv oder normativ. Und manchmal wird dabei die Frage gestellt, ob denn formale mathematische Modelle wirklich hilfreich sein können, um reale betriebliche Entscheidungen zu stützen. Also nochmal vereinfacht, können Modelle überhaupt nützlich sein, um reale betriebliche Entscheidungen zu stützen? Natürlich sind sie nützlich, denn ohne Modelle können wir den Erkenntnisstand der BWL oder irgendeiner anderen Wissenschaft gar nicht erst vorantreiben. Und nur durch einen verbesserten Erkenntnisstand können wir bessere Handlungsempfehlungen formulieren. Eine schöne Analogie hierfür ist das Verhältnis zwischen Landkarte und Landschaft. Wobei natürlich gilt, dass die Landschaft die Realität ist und die Landkarte das Modell. Denken Sie eben dran, wenn Sie irgendwo wandern oder irgendeiner Stadt unterwegs sind, um sich in der Landschaft, also in der Realität zurechtzufinden, braucht man eine Landkarte und die ist nur dann hilfreich, wenn diese Landkarte stark genug von der Landschaft abstrahiert, vereinfacht. Denn sonst hätte die Karte ja gar keinen zusätzlichen Informationsgehalt und würde nicht den Überblick über die Landschaft ermöglichen. Was meine ich damit? In der Landschaft, sorry, in der Landkarte ist nicht jedes einzelne Detail der Umgebung abgebildet. Nicht jedes Grashalm, nicht jede Fensterfarbe und so weiter, denn das würde Ihnen gar nicht helfen, den Überblick zu finden. Und deswegen abstrahiert man von diesen Details. Der Maßstab darf aber auch nicht zu klein sein, weil ja dann der eigene Standort relativ zum angeschriebenen Ziel nicht mehr erkennbar ist. Denken Sie zum Beispiel an Google Maps. Wenn Sie zu weit reinzoomen, also ganz nah rein, dann haben Sie gar keinen Überblick mehr und wissen nicht, wie Sie von A nach B kommen. Wenn Sie ein bisschen weiter rauszoomen, haben Sie einen Überblick, aber wenn Sie dann noch weiter rauszoomen und viel weiter, dann sehen Sie irgendwann nur noch die Karte der Welt oder von Europa und die wird Ihnen nicht viel weiter helfen, um Ihr Ziel jetzt lokal zu finden in der Landschaft oder in der Stadt, in der Sie unterwegs sind. Diese Analogie zeigt uns, dass für unterschiedliche Erkenntnisziele oder unterschiedliche Entscheidungen unterschiedliche Abstraktionsgrade geben muss. Also wenn wir zum Beispiel jetzt einen Einstieg in die BWL haben, dann benutzen wir stark vereinfachte Modelle von Wirtschaft und von Unternehmen, weil es ja um wirklich grundlegende Fragen geht. Und dann beschränken wir uns auf diese grundlegenden Aspekte und blenden erstmal die komplizierteren Sachen aus. Und später, wenn wir uns an spezifischere Fragestellungen innerhalb der BWL stellen, dann kann man auch feine ausgearbeitete Modelle benutzen, wo dann bestimmte Details eingeblendet werden. Die Modelle werden dann dadurch komplizierter. Gleichzeitig blendet man aber wieder andere Sachen aus, die man hier gar nicht betrachten will. Modelle sind eben besonders praxisnah, wenn wir mit ihrer Hilfe zeigen können, dass sich viele unterschiedliche Probleme auf ähnliche Grundmuster zurückführen lassen. Und indem wir in der BWL mit Mathematik arbeiten, können wir besonders gut zeigen, dass verschiedene Entscheidungsprobleme formal verwandt sind. Und gerade bei schwierigen Fragestellungen oder Entscheidungssituationen können wir dann mit mathematischer Argumentation Abhängigkeiten zwischen einzelnen Aspekten zeigen, die wir ansonsten leicht übersehen hätten. Und natürlich hat die Anwendung von mathematischen Modellen für Entscheidungen den Vorteil, dass wir das Gerüst, das wir gebaut haben für unsere gedankliche Argumentation, dass wir dieses Gerüst zu 100% offenlegen müssen. Und dann ist es eben viel leichter, gedankliche Unschärfe zu erkennen oder Fehlargumentationen aufzudecken, im Gegensatz zu einfach nur verbal formulierten Argumenten. Das war mein Video. Falls Sie Fragen haben, gerne als Kommentar hinterlassen. für Sie FAR reciproienna für Sie